Der Karts URSC präsentiert WildparkTV. Powered by Baden-TV. Ja, es sind ja Autogrammkarten. Da ist es ja immer so, dass man sich der eitle Fußballer bestaunt. Da war alles in Ordnung. Ich hoffe, den Fans hat es auch gefallen. Ja, es ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen, aber die ersten Eindrücke und die ersten paar Trainingsanheiten sind absolut vielversprechend und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, das eine oder andere Spiel habe ich ja hier schon gemacht. Ehrlich gesagt, mit nicht so guten Erinnerungen, glaube ich. Es war mein letzter Spieltag mit Union Berlin. Da musste ich verletzungsbedingt ausgewechselt werden und musste auch den anschließenden Urlaub verschieben, weil ich noch eine Gehirnerschütterung hatte. Also von daher, nee, klar, Freude ist da natürlich auch ein bisschen da.